Alter, Alter, Alter! Junge! Da hatten wir noch Glück! Das verspreche ich dir, Junge! Junge, beruhig dich! Heaven! 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 Das andere Tor geht auf, ne? Ey, hallo! Stopping! Stopping! Puzzle! Lämpeln! Lämpeln, stopp! 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 Stopp du die Karre! Karre stoppen! Karre stoppen! Juka, ey, Kevin, ich hab übrigens gefühlt, du hast einer deiner Anfälle. Geh dir her! Boah, warte! Bah, bleib schnell! Pui! Pui! Nein! Kann leider aufmachen! Komm her! Komm her! Kevin hat ein Doppelkilo, dann schüttelt sie. Da wird die in Elf, oder? Deine Mutter hat glatt oben! Oh, mein Gott! Hilfe! Ja, okay. Egal, scheiß noch später. Hilfe! Wow, wow, wow! Kann leider hier mal aufmachen? Ey, Digga, wer schief? Hör auf! Hör auf! Hör auf die Autos! Knall auf Kevin! Knall auf Kevin! Knall auf Kevin! Kann, kann, wer hier in, äh, geht ja 5 oder AW und Laf auch machen? Äh, ich hab kein AW. Ich hab nur Battlefield 4. Ja, der hat aber nicht gepackt! Ich versuche hier einzupacken, mein... Flugzeug! NVR nehme ich mal mit! NVR, NVR, NVR! NVR, NVR! NVR! Alter, die Bremsen vor dem Teil, ey! Alter! Alter! Soll ich das einpacken? Hier rein, hier rein irgendwo! Hier so... NVR! Versuch hier rein! Versuch hier rein! Hier so ne kleine Lücke! Hier so ne Lücke! Ich versuch ein bisschen... Hinter... 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 Hinterzufahren! Komm mal gleich wieder, okay? Ja! Verdauung, get the win! Hör auf! Junge! Mann, ich verschorte gleich alle die Wagen! Hör jetzt auf! Oh, scheiß ich hab vergessen in der Egel zu bleiben! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Was eigentliche nach der Egel? Eine, diese drei Flugzeuge war... Gleich kommt ein Vierter! Dem machen wir dann... Den... Dem... Seine Mülle-Chef! Seine Mülle-Chef! Seine Mülle-Chef! Hör auf! Alli! Hi! Lass mich damit! Du ziehst am besten ein Outfit, das so einem Wagen passt an! Ja, ich freue euch! Hab ich aber nicht! wirst du auf ja ich schieß ich zieh auf den kopf ja okay wir lassen das geht bei dir so ab bei dir war ich noch nie wenn meine wife schlägt, holt er gleich einen Mini heraus das ist ein Lager alter wer hat auf mich geschossen ich weiß nicht ja weil du auch dahinten willst der war eine shotgun direkt hinter mir we are fired alter was the fuck alter er holt wirklich mir die ganze raus so was mach we are fired we are fired ich bin tot ich bin tot ich habe noch einen Film und ich bin tot was ist mein nein ich wollte grad ich wollte grad er lernen will abschliessen er hat mich lernen will er hat wife junge immer noch wife ja hör auf ich geb dir einen Headshot bitch ich bin tot 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 Leute werden für jeden Flugzeug der Platz hier, oder? 5, komm, ich muss mich, hab ich grad weggehauen Wie kann das sein, dass hier ohne mich topf in den Weg gehen, ne? Äh, schick nicht! Wer? Ich bin jetzt bei einem scheiß Flugkaufmann, ihr seid nicht da! Mardi, wir haben noch 5 Flugkaufmann auf den Kuhl bereit! Hilfe! Ich wills grad mal zum Friseur! Ich bin über, über Titan! Ich bin jetzt! Also Leute, Leute, hör mal auf, wie du klickst, du kannst was erklären! Jetzt ist die letzte Chance, entweder euer Fazit zu reparieren, zu wechseln, oder zu wechseln, oder euer Fahrzeug komplett irgendwie, äh, umzutunen, umzulackieren, oder sonst was, also! Ich muss kurz vom Friseur, dann komm ich zur Fahrt! Ich hab keine Rolle! Leute, zieht euch das dahin! Nein, ey! Keine Angst! Zieht euch das dahin! Mal rein, ich schieß einmal! Wo seid ihr denn? Ja, hier im Hangar! Aber, ey, wohin fliegt die Direction! Tja, siehst du nicht? Ja! So, okay, bleib mal da! Was do you have in mind? Er fliegt mit dem Wazard! Ja, wenn der auf was schießt, kriegt der Stress! Er fliegt gar nicht mit dem Wazard! Gut, hier sind wir! Was geht so, homisch? Wer hat die Bullen? Ich bin nicht mehr! Ne, was geht's? Bestimmt ich aber gleich! Also, Direction, steig du, äh, kletter mal du auf das blaue Auto! Was nennt ich meins? Äh, da, sein Heli brennt! Ne, ich mach ihn nur weg! Ich flieg mal die Flugzeuge hier alle weg! Ey, Leute, wir wollten jetzt die Aufnahme starten, aber wir sind gerade nur 1, 2, 3, 4! Also, wir, äh, sag mir mal bitte, eh, nacheinander! Nicht alle, äh, zusammen! Also, NVA, sag mir mal, wo du bist und was für ein Auto du gerade hast! Ne, sag mir nicht was für ein Auto, sondern, zeig mir, wo du bist oder was du machst! Ich bin beim Friseur! Okay! Ich komm' jetzt aber! Was machst du? Ich bin gerade auf dem Weg zu weit! Äh, Direction, du bist hier! Was? Ich komm' jetzt! Äh, ich komm' jetzt! Wife, du bist hier! Und er heißt nicht Lambo, äh, Wife! Wo geht's denn? Wo geht's denn? Du hast 9000 Kopfgeld! Ja! Äh, nicht Lukas killen, weil das machen wir für später für das Minispiel! Da bin ich doch nicht killen! Hallo, Leute! Wir spielen, wir spielen Kopfgeld! Ja, ne, wir... Ja, ne, wir... Ja, ne, wir... Ja, ne, wir... Ja, wie egal, du... Ja, verpiss dich, Alter, du hast nicht... Äh, geschlagen, Alter! Meine Augen haben dich Spaß! Ja, ich schieße nur mit einer Tast und hier und ihr sterbt alle! Der Rap, wenn du jetzt weißt, ich bin auf mich angewiesen! Du kannst mitmachen, aber ich hab' nicht gesagt, du musst mitmachen! Ich hab' auch nicht gesagt, ich brauch' dich! Ich hab' gesagt, wenn du mitmachen willst, kannst du mitmachen! Merk dir das! Du machst immer so, ich hab' auch schon angewiesen! Ja, was? Achtung, geklade! Ich dachte, ja, äh, wie du erklärst mir das anfangs? Ja, Eva, warum schlägst du mich? Eigentlich sind der Schlager, bin ich, weil ich das Video mach' Ich mach' auch ein YouTube-Video! Schau drauf! Lukas! Lukas! Ich lande nur! Ok, dann ist gut! Ja, Mann! Leute, bitte jetzt, euer Gast, sehr gut! Du hast auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt, weil das Auto geil aussieht! Leute, stellt euch bitte alle hier in der Reihe auf! Also, ich zieh' nicht auf dich! Ich mach' nur hier die Reihe! Mit eurem Auto stellt euch drauf! Und Direction, wenn du das mitloch, stellt euch auf mein Auto drauf! Und dann starte ich von hier hinten und ich starte die Aufnahme! Ich konnte nicht! Ich konnte nicht! Ich konnte nicht so lieb! Schon nicht wahr! Was? Oh, geil, Mann! Dein Fahrzeug ist geil, Mann! Mein Fahrzeug ist kostenlos! Mein Fahrzeug geht's kostenlos! Ich kann nicht sagen, ob du bei ihm draußen stehen darfst! Trevor! Ja, hier! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Aua! 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 Wer war das? Ja, Direction! Warum tötest du ihn? Ja! Ja, wenn einer nicht töte! Ich hab' dich gar nicht gemacht! Er hat jetzt gar nicht gemacht! Er hat nur mit diesen, diese Aktion gemacht! Mit gut stoßen töten! Hm! Ja! Ich hab' keine geilen Autos! Aua! Ey, du hast, wenn du noch ein Tötest, dann geh' dich auf den Server! Weil wir machen hier ein Video und kein irgendwie... Ähm! Der heißt... Der heißt... Der heißt... Der heißt Wife! 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 Ich mach' dir die Tür auf! Wife! Wife! Wir haben noch ein Polizeiauto heute! Wir haben zwei Polizeigäste bei uns! Dankeschön! Fangen wir jetzt mit dir los! Stell' du denn auf die andere Seite! Ja, ok! Nein, bleib' du! Bleib' dir! Ich bin einfach ausgestiegen! Und da macht noch Sirene an! ja lasse ich auch an sehr gut stellt bitte ja du hast auch bei mir einen pluspunkt wegen dein auto jetzt kommt ich habe mich drauf und du hast ja noch jeder für mich gut mal auf jeden Fall ja das müsst ihr auch machen so direkt wie man es wisst macht du mit oder nicht ja also guck Leute seid jetzt bitte ruhig stellt euch auf eure Autos weint du auch erneut 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 jetzt ich muss ihm was erklären obwohl ich auf mein auto ich bin auf mein auto nur was hat ihn sich das ist ein auto die so also alle wird auf eure autostellen und dann irgendeine waffe ziehen aber bitte nicht schießen er geht ja nicht ab ich war auf ihn aber ich kann nicht ballern so alt und die rechnung der